Ja, wir feiern doch deinen Geburtstag hier. Sag mal ein paar Geburtstagsworte. Mann, leck mich. Findest du es gut? Sie hat noch nicht gesagt, wo. Was? Wo wir feiern? Was ist das hier? Lüneburger Straße, 408? Okay, für die Einbrecher, aber gehst einfach schon mal auf deine Frage. Was hat er denn gefragt? Ich wollte nur, dass du deine Frage präzisierst, deine Aussage präzisierst. Welche Frage? Du hast gesagt, leck mich, wo? Hier am kleinen Finger. Bitte, möchte irgendjemand? Schmeckt ein bisschen nach Seife. Ey, wer wirst wohl, sie damit war? Komisch, ich hab sie nicht gewaschen. Es brennt sich doch auf der Zunge, oder? Dass du jetzt irgendwas Fieses sagst. Ja, ich bin die Kacke los. Er sagt immer. Ja, sie jetzt auch. Was ist das komisch? Die ist dann noch mal getrunken. Ey, wollen wir den Kameramann verprühen? Das weiß man, das ist der Sinn, ey. Die mag unser Video nicht. Ja, weil Kalk dafür. Ja, ich ja auch nicht. Hör doch einfach auf zu filmen. Ja. Du bist Deutschland. Nein, du bist Deutschland. Du bist Deutschland. Du bist Deutschland. Ey, ich bin Pollen. Wir sehen hier zur Deutschen nicht einig. Sind der eine das Ossi, der andere Wessi. Ich hab keine Ahnung. Was? Wir sehen hier mit der An immer mehr. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab keine Ahnung. Vielen Dank.